Als ob ich es durchhalte, ich weiß, das ist das zu feiner Druck. Ja, jetzt komm kurz runter, versuch kurz runter zu fahren, du musst ernsthaft versuchen, nicht zu lachen, aber ich glaube, das Ganze macht der Automatenstil wieder viel schwerer. Ja. So, hallo und herzlich willkommen, heute ein neues Video, und zwar bin ich jetzt gerade bei meinem Bruder. Und wir haben uns mal überlegt, wir machen jetzt mal so eine Nicht-Lachen-Challenge. Ich schätze, nichts Neues, aber wir fanden es einfach mal witzig oder wollten es einfach mal was Neues probieren. Und wir haben es jetzt so gemacht, wir haben uns gegenseitig ein Video zusammengeschnitten, also Dirk hat eins für mich zusammengeschnitten, ich habe eins für ihn zusammengeschnitten. Die Bedingung war, es sollte keine fertige Compilation sein und nicht länger als dreieinhalb Minuten circa, oder ich weiß nicht ganz genau, wie lang es ist, aber so. Vier Minuten machen wir überhaupt nicht. Ja, nicht länger als vier Minuten und keine zusammenhängenden Clips. Man darf fertige Clips nehmen, wo auch irgendwelche Soundeffekte oder irgendwas gemacht worden sind, aber eben keine kompletten Compilations. Und wir müssen uns das jetzt so zusammengestalten, dass der andere von dem jeweiligen Video eben lachen muss. Ähm, ja. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir fangen jetzt quasi an. Der Jörg guckt jetzt quasi mein Video an. Und das starten wir jetzt. Und er darf natürlich nicht lachen. Ich werde mich ein bisschen nach hinten setzen, dass ich ihn nicht irgendwie durch meine Sachen zum Lachen bringe. Also durch meine, wenn ich vielleicht loslachen muss oder so. Und wenn er natürlich lacht, hat er verloren. Und dann Anwesenheit reicht. Ja. Und dann sage ich mal, ja, starten wir mal los. Gebt natürlich gerne einen Daumen hoch, wenn ihr die Idee feiert. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt raff dich halt mal. Ah, okay. Ja, raff dich mal. Ich bin dann mal gespannt, was du noch machst. Witzig ist? Nein, ich habe jetzt laute lustige Sachen im Kopf. Oh, krass. Und wahrscheinlich haut er am Anfang gleich total in die Trache raus, dass ich es sofort abbekackt habe. Ja, sehen wir gleich. Ja, sehen wir. Schadenfreude und so. Jetzt müssen wir da schon bald so was proben. Das war's für heute. 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 Alter, okay, ich hab definitiv versagt. Also ich, ich konnte mich gar nicht mehr halten. Ich bin gar nicht mehr klargekommen. Ich konnte, also ich hab beim Erstellen des Videos nicht mehr so gelacht. What the fuck, Alter, mir sind schon in die Tränen gekommen. Weißt du, was lustig ist? 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 Verrat's nicht, wenn's irgendwas mit deinem Video zu tun hat. Alter, ich hab Kopfschmerzen, ich komm gar nicht klar. Alter, ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Das war diese Scheiße, du kannte auf dich lachen und dann musst du auch mehr lachen. Was ist los? Ich bin gar nicht mehr klargekommen. Alter, ich muss bei meinem eigenen Video lachen. Ich wusste genau, was kommt. Ich muss so lachen. Gut, manche Videos kennst ja schon. Ja, aber genau das ist das Schlimme, glaube ich. Ja. Also ich würde sagen, du hast definitiv verloren. Wir haben gesagt, so ein bisschen schmunzeln und alles. Ja, lange durchgehalten, aber zum Schluss. Ja, ich muss schon sagen, also im Verhalt bisher natürlich jetzt zu mir. Aber ich hab's natürlich auch schon so gemacht, so. Ich hab versucht, das schon so ein bisschen hochzustacken. Und dass du nicht direkt am Anfang loslachen musst. Keine Ahnung, ich wäre eh direkt durchgefallen gerade. Ich hab jetzt nur so gedacht, dass man es nicht so gut ist. Ja, hoffentlich. Nee, gewinnig. Also, auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt witzige Kommentare. Wir haben so ein Überlebens gehabt. Wir müssen dann quasi, die nächste Challenge ist, jeder muss unter, also Jörg muss jetzt quasi unter dem Video die Kommentare dann im nächsten Video vorlesen, ohne zu lachen. Das heißt, haut Witze rein in die Kommentare oder irgendwelche lustigen Sachen. Und er muss das dann quasi unter dem Video jetzt durchlesen, fürs nächste Video, ohne dass er lachen muss. Also, lasst euch was Ordentliches einfallen. Schreibt es in die Kommentare rein. Lasst gern auch natürlich ein Abo da. Und dann sage ich, jo. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich glaube nicht.